Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du mit am Start bist. Heute möchte ich dir mal wieder eine Lightroom-Komplettbearbeitung von mir zeigen. Und diesmal habe ich mir ein Model genommen, ein Pferd und das Ganze zum Sonnenuntergang noch gemacht. Und ja, ich möchte dir einfach mal zeigen, wie ich dieses Bild jetzt hier bearbeite. Ist mal ein bisschen was anderes, als was ich sonst immer so fotografiere und ich hoffe, du hast Spaß dabei. Lass uns direkt loslegen. Ich bin hier im Lightroom-Entwickeln-Modul und habe jetzt demzufolge hier auf der rechten Seite alle meine Regler und Felder, die ich hier verändern kann, um das Bild dann tatsächlich auch zu bearbeiten. Ich fange mal ganz gerne an mit den Lichtern und mit den Tiefen. Das heißt, ich werde jetzt hier in dem Fall, da das Bild sehr kontrastreich ist, ich habe mich gegen die Sonne fotografiert, habe die Sonne hier auch so platziert, dass sie durch das Pferd oder unter dem Hals des Pferdes so ein bisschen durchscheint, was ich einen ganz coolen Effekt finde. Und dementsprechend ist das Bild sehr kontrastreich. Du siehst auch hier am Histogramm, dass sowohl wir extreme Weißwerte als auch extreme Schwarzwerte haben. Das heißt, das Histogramm stößt an beiden Seiten, jeweils rechts und links, an seine Grenzen. Und dementsprechend müssen wir da noch ein bisschen was tun, um hier die Dynamik ein bisschen anzuheben. Ich fange jetzt hier an mit den Tiefen und die werde ich einfach mal aufhellen, so auf ungefähr plus 60. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt haben wir ein paar mehr Details hier in den Schatten drin. Und die Lichter werde ich mal gar nicht wie sonst auch immer abdunkeln, sondern auch sogar ein bisschen aufhellen, damit ich einfach diesen Effekt der Sonne noch ein bisschen stärker drin habe. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass jetzt hier die Sonne komplett überstrahlt, denn das ist ein cooler Effekt, wie ich finde, den man auch dementsprechend so lassen kann. Dann werde ich das ganze Bild von der Belichtung her noch ein bisschen aufhellen. Also ich werde jetzt hier ungefähr eine Blende das Ganze aufhellen. Dadurch kriegen wir sehr viel mehr Details in die Bereiche des Bildes, die vorher sehr dunkel waren. Und die Sonne ist nach wie vor immer noch das Einzige, was jetzt hier wirklich komplett überstrahlt. Aber wie gesagt, das macht mir nichts. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen Kontrast aufbauen. Das heißt, ich schiebe hier den Kontrastregler ein bisschen nach oben. Ja, so plus 28, so gefällt mir das schon ganz gut. Von den Schwarzwerten her werde ich noch so ein bisschen nach unten gehen, um auch hier noch ein bisschen mehr Kontrast wieder ins Bild zu bringen. Ungefähr minus 12 gefällt mir schon ganz gut und die Weißwerte lasse ich einfach mal so. Klarheit werde ich auch in Ruhe lassen. Ich werde ein bisschen mehr Dynamik reingeben, ungefähr so plus 10 und dafür die Sättigung so ein bisschen rausnehmen. Das gefällt mir persönlich immer ganz gut, weil ich die ungesättigten Farben dadurch ein bisschen anheben kann, aber das gesamte Bild so ein bisschen von der Sättigung befreie, weil ich finde, dass die Farben immer sehr, sehr stark sind. Dann muss ich mich noch um den Weißabgleich kümmern. Der gefällt mir jetzt hier in dem Bild noch gar nicht. Das ist halt gerade bei Sonnenuntergängen immer so eine Sache. Da muss man sehr viel selber nachregeln im Weißabgleich, damit man da wirklich dann am Ende ein schönes Ergebnis hat. Ich werde von der Tönung her auf jeden Fall mal ein bisschen weiter runter gehen. Ich denke mal so plus 9, so gefällt mir das schon ganz gut. Und dann werde ich aber vom Weißabgleich hier durchaus noch ein bisschen ins Wärmere gehen. Jetzt sieht natürlich der Himmel dementsprechend ein bisschen komisch aus, aber so der Vordergrund, der gefällt mir so schon ganz gut. Und auch die Sonne so an sich, die gefällt mir so wirklich gut und den Himmel. Darum kümmere ich mich jetzt noch mal separat. Dafür werde ich mir jetzt hier einen Pinsel nehmen. Das heißt, ich werde jetzt hier anfangen, selektiv zu arbeiten. Ich werde jetzt hier mal alles zurücksetzen, indem ich die Alt-Taste drücke und dann auf Zurücksetzen klicke. Und dann einfach mal die Farbtemperatur hier wirklich ganz drastisch nach links ziehen, also wirklich ganz ins Kühle. Ich muss darauf noch aufpassen, dass hier automatisch Maskieren angewählt ist. Ansonsten weiche Kante 100, Fluss 100, Dichte 100, das passt soweit alles. Und jetzt fange ich einfach mal an, hier über den Himmel zu malen. Und du siehst schon, dass ich jetzt wieder einen schönen blauen Himmel bekomme. Jetzt muss ich hier natürlich aufpassen, dass ich nicht über die Häuser drüber male. Dafür habe ich aber dieses automatisch Maskieren gerade angewählt, beziehungsweise diese Checkbox da angeklickt, damit genau das eben nicht passiert. Genauso sieht es beim Pferd aus. Das möchte ich auch nicht blau anmalen, sondern wirklich nur den Himmel. Und das kriegt hier Lightroom sehr, sehr gut hin, indem wir hier einfach mit dieser Checkbox arbeiten. Sonst muss ich hier natürlich auch aufpassen, dass ich das Model nicht anmale. Aber das sieht auch soweit schon alles ganz gut aus. Hier zwischen den Hals des Pferdes kann man auch nochmal so ein bisschen malen. Da das Ganze hier aber komplett weiß ist, sieht man da diesen Effekt dann sowieso nicht mehr. Hier beim Haus ist noch die Kante so ein bisschen, die noch mit rein kann. Und hier ist auch noch so eine kleine Stelle, die ich nochmal übermalen muss. Genauso hier ist noch ein kleiner Punkt, der noch nicht mitgenommen wurde. Perfekt. Jetzt sieht das Ganze doch schon wesentlich besser aus. Ich bin wirklich so ein Freund davon, gerade diese Komplimentärfarben im Bild zu haben. Also dieses Blau und dann dieses Orange-Gelb von der Sonne. Das gefällt mir sehr gut und der Effekt wirkt dadurch auch noch sehr viel stärker. Super, dann klicke ich hier auf Fertig und dann kann ich hier mal weiter runterscrollen. Das nächste, was ich machen möchte, ist an dem Bild-Look zu arbeiten. Und dafür gehe ich jetzt hier mal an die Gradationskurve heran. Und hier möchte ich mir so eine kleine S-Kurve aufbauen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du dieses eines meiner letzten Videos schon gesehen. Da ging es mal um den Matteffekt. Und es ist im Endeffekt genau das, was ich jetzt auch tun werde. Das heißt, ich werde die Schwarzwerte anheben auf ungefähr so das Level und dann auch die Weißwerte so ein bisschen abdunkeln. Das sieht jetzt erstmal sehr, sehr komisch aus, weil das ganze Bild extrem flach geworden ist und keinen Kontrast mehr hat. Aber den bauen wir jetzt wieder auf, indem ich jetzt hier einen weiteren Punkt in diese Kurve reinziehe und dadurch mir so eine kleine S-Kurve erstelle. Genauso hier oben in den Lichtern. Das gefällt mir jetzt so schon ganz gut. Jetzt kann man noch so ein paar kleine Feinarbeiten machen, indem ich hier noch so einen kleinen Punkt reinsetze, indem ich einfach hier einmal in die Kurve reinklicke. Und dann kann ich hier einen weiteren Punkt reinsetzen. Dunkel das Ganze hier nochmal ein bisschen ab. Hebe das Ganze hier nochmal so ein bisschen an. Und so gefällt mir das dann schon sehr, sehr gut. Perfekt. Dann gehe ich noch weiter runter. Und jetzt kann ich hier nochmal einzeln die Farbwerte anwählen. Das heißt, ich habe jetzt hier verschiedene Farbkanäle und kann hier mit den Farben nochmal so ein bisschen hin und her spielen. Das Rot lasse ich so. Wir haben ja kaum Rotwerte hier in dem Bild. Aber die Orangewerte, die finde ich schon ganz interessant. Da gehe ich mal so ein ganz kleines bisschen mehr Richtung Rot. Beim Gelb werde ich auch so ein bisschen mehr Richtung Orange gehen. Das sind aber kleine Nuancen, die ich hier mache. Und dementsprechend sieht man das jetzt vielleicht nicht direkt von Anfang an. Die Grünwerte werde ich ein bisschen stärker bearbeiten. Da werde ich jetzt hier wesentlich weiter Richtung Gelb gehen. Einfach um dem ganzen Bild noch so ein bisschen mehr so einen sommerlichen, abendlichen Look zu geben. Und hier die Grünwerte also so ein bisschen mehr Richtung Gelb zu pushen. Das macht das Ganze doch schon wesentlich interessanter. Und vor allem kriegen wir damit auch weniger Farben ins Bild. Was ich immer persönlich ganz gut finde. Damit man möglichst wenig Farben, wenig Formen im Bild hat. Um das dann auch so minimal wie möglich zu gestalten. Dann werde ich mal schauen. Ich glaube hier bei den Blauwerten werde ich auch noch mal so ein bisschen was machen. Einfach um den Himmel hier noch so ein bisschen anzupassen. Da gefällt es mir immer ganz gut, wenn wir so ein bisschen Richtung Türkis gehen. Das werde ich jetzt hier auch einfach mal machen. Ich werde das Ganze einfach mal auf minus 30 ungefähr stellen. Und dann ist der Himmel so ein bisschen türkiser. Und es passt auch viel besser zum Bildlook noch. Und von daher gefällt mir das so schon ganz gut. Perfekt. Dann können wir weiter runter gehen. Ich werde das Bild natürlich noch schärfen. Zoome ich einfach mal hier drauf. Das Bild ist so schon relativ scharf. Aber natürlich trotzdem so ungefähr mein Standardwert hier von 90. Und das Ganze kann man dann natürlich auch noch mit gedrückter Alt-Taste hier wieder so ein bisschen ausmaskieren. Damit man zum Beispiel den Himmel nicht schärft. Perfekt. Dann werde ich die Profilkorrektur noch aktivieren. Die chromatischen Aberrationen entfernen. Das ist immer so ein Standard, den man eigentlich bei jedem Bild machen sollte. Eine Vignette werde ich noch hinzugeben. Ungefähr hier so minus 25. Minus 26. Um das ganze Bild so ein bisschen abzurunden. Das finde ich auch immer ganz schön. So ein ganz bisschen Dunst werde ich hier entfernen. Das heißt, ich baue hiermit auch noch mal so ein bisschen mehr Kontrast im Bild auf. Der Dunst-Infernregler macht nichts anderes als Kontrast aufbauen. Das heißt, wenn ich den jetzt hier mal voll aufdrehen würde, dann siehst du, was passiert. Ich nutze ihn wirklich nur ein ganz bisschen. So auf ungefähr plus 6. Da gefällt es mir so schon ganz gut. Jetzt kann man hier unten noch in die Kamerakalibrierung reingehen. Und hier auch noch mal an den verschiedenen Farbwerten noch mal so ein bisschen arbeiten. Vor allem an den Rot-, Grün- und Blauwerten. Und hier werde ich auch noch mal die Rotwerte so ein bisschen anfassen und einfach mal in eine andere Richtung schieben. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal gucken, was passiert, wenn ich sie so ein bisschen mehr Richtung Orange schiebe. Das gefällt mir sehr gut. Und genauso die Blauwerte, die werde ich mal so ein bisschen in eine andere Richtung schieben, Richtung Türkis. Einfach um diesen Effekt, den ich vorhin schon angefangen habe, noch mal so ein bisschen zu verstärken. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt sind wir eigentlich so von dem Farblook des Bildes schon fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich sehe hier oben so einen kleinen Spot, den ich hier auf meinem Kamerasensor habe. Den würde ich noch wegmachen. Und ich würde hier das Flugzeug noch wegmachen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man jetzt noch machen kann. Das werde ich jetzt einfach mal tun. Indem ich jetzt hier auf dieses Werkzeug klicke, das ist der Bereichsreparaturpinsel. Und dann kann ich jetzt hier einfach mal mit gedrückter Taste einfach mal so rüberfahren. Oder auch einfach einmal nur klicken. Und dann werden diese Spots auch dementsprechend entfernt. Super. Dann klicke ich hier auf Fertig. Das Einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen stört, sind diese Häuser hier im Hintergrund. Leider mussten wir halt in diese Richtung fotografieren. In die andere Richtung wäre es wesentlich besser gewesen, weil man da freies Feld hatte. Aber wir mussten in diese Richtung fotografieren, damit ich die Sonne im Hintergrund habe. Aber ich möchte diese Häuser nicht so stark sehen. Und dementsprechend werde ich mir jetzt hier nochmal einen Pinsel nehmen. Den nochmal mit gedrückter Alters zurücksetzen. Und dann die Belichtung hier mal runtersetzen auf ungefähr minus anderthalb Blenden. Ich gehe hier auch wieder sicher, dass automatisch Maskieren angewählt ist. Die Größe kann ich noch so ein bisschen kleiner machen. Und dann werde ich jetzt hier einfach diese Häuser nochmal so ein bisschen abdunkeln. Damit die einfach so ein bisschen mehr im Schatten liegen. Und dann konzentriert man sich da auch gar nicht mehr so sehr drauf. Ja, das gefällt mir schon wesentlich besser. Genauso hier drüben kann man das auch nochmal machen. Und auch hier. Das Haus kann auch noch ein bisschen dunkler sein. Wobei, da gefällt es mir gar nicht so sehr. Ich glaube, den letzten Schritt nehme ich hier wieder zurück. Das Haus hier in der Mitte. Das kann so bleiben. Aber die anderen Häuser sind jetzt ein bisschen abgedunkelter. Und man konzentriert sich noch viel mehr auf das Vordergrundelement, was jetzt hier definitiv das Pferd mit dem Model zusammen ist. Wenn ich fertig bin, klicke ich hier auch auf Fertig. Und das ist jetzt meine bearbeitete Version von diesem Bild. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest da ein paar Sachen rausziehen. Ich zeige dir jetzt hier nochmal das Vorherbild. Und dann jetzt hier das Nachherbild. Wenn dir das Video gefallen hat und du den Kanal vielleicht gerade erst entdeckt hast, dann solltest du auf jeden Fall auf Abonnieren klicken, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Ansonsten schau auch mal in meine anderen Videos rein, wenn du Lightroom, Photoshop oder Fotografieren lernen willst. Da gibt es schon eine ganze Menge Themen. Weitere werden folgen. Und du kannst mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, was du gerne für Themen sehen würdest, damit wir hier gemeinsam diesen Kanal aufbauen können und als Community das ganze Projekt hier einfach weiterlaufen lassen können. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.